Ich wollte gerade sagen, ich beende die Folge, ich so, ich so, ha, ha, hi. Ja? Willkommen zu einer neuen Folge von LoL, Basti, alter. Der ist bei mir gerade kaputt gewesen, ey. Ich hab auch Fälle. Ich dachte, du hast bis jetzt noch die Aufnahme offen lassen, vom Nullnett zum Wunder. Auf jeden Fall. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Verlangenheit. Da ist ne Knospe, oh yeah. Knospe, die dich so liebt. Yeah. Yeah. Da tanzt einer rum. Ich tanze mit. Äh, Leute? LoL, der Garin ist erst kurz in meinem Minion reingelaufen und ich dachte, der will erst trollen, alter, dann ist er zurückgelaufen. Ich glaub, der war grad irgendwie ein bisschen komisch. Ich glaub, der war gerade ein bisschen komisch. Garin level 7. Garin level 7. Garin level 7. Ja, tschüss, ne? Los! Und dann war der erste Aufeinandertreffen und weil das passiert, mehr Damage. Die soll ja nicht rumjaulen. Ich jaul dir gleich mal ins Gesicht. Oh, der hat eine Stacks. Und Tom. Wah! Das war für mich nichts. Wie macht der mir mehr Damage, als ich ihm? Du warst in der Minion Wave. Man sollte nicht in der Minion Wave fahrten, müsstest du aber auch wissen. Ja, normalerweise macht Garin aber nicht so viel Damage. Das war hauptsächlich die Minion Wave, die gespielt hat. Ist klar. War ja auch so. Also ich hoff's auf Video, also hm. Du kannst ja auch nicht in der Minion Wave fahrten. Ach so, und deswegen behauptet er auch null Damage. Lollollollollollollollollll! Komm zur Top-Lane? Da ist ein Rice, der sehr, sehr low ist. Achso, cool, die haben wir mehr... Jawollah! Deswegen bin ich jetzt auch schon wieder Half-Life, ne? Der Boy kann, äh... Der Mensch dröhnt. Oh, no way. Wie hat die ganze Zeit sein Zeichen postet, weil er denkt, er wäre cool. Dann mutter doch sein Zeichen. Was? Dann mutter so ein Zeichen. Kann man denn das denn machen? Kann man noch machen, aber nicht. Okay, kann man. Noti und Sticks. So hab ich aus jetzt, ne? Oh, nö, ey. Verpiss dich. Ich komme. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. No, 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 no Nee, es kann einfach wirklich nicht sein! Jetzt konzentrier dich, Basti. Es hat nix damit zu tun. Es hat nix damit zu tun. Ja, Basti, rede dir das mehr ein. Konzentrier dich. Ich kann für die Sprasslinge. Ein Gegner verfällt im Blutrauschen. Ich sterbe auch, weil ich auch schon weggeflasht bin. Widerstand mit jedem Schritt! Ein Verwundeter wurde getötet. Alter, eins sieben. Eins fucking sieben. Ein Gegner verfällt im Blutrauschen. Wollt ihr mich verarschen? Sterbliche sind lästig, wie ein Jucken unter der Rinde. Holy shit. Klar, er läuft auch tausendfach schneller als ich. Q. Ne, hat er nicht mal aktiviert. Hat er nicht mal aktiviert. Einst hatte ich meinen Frieden. Jetzt hat meine Existenz einen Sinn. Achso, und deswegen wird man auch so schnell wieder full life. Ohne Items. Dieses Land war einst unbeirrt! Der Befehl wurde erteilt! Wehe du Uli, setz dich, dann haue ich dich. Ich wollte gerade schon losrollen. 1G-Star ist ja ein Early-Champ, ne? Und Galen eigentlich überhaupt nicht, aber gut. Jeder spielt sein Champ anders. Können Sachen passieren, die du denen, die dich erklären kannst. Siehe Darius, siehe dieses Spiel, äh, siehe Garen, so. Ich werde nicht wälten! Okay, ich muss Rüstung bauen, yay! Nein! Alles klar. Haben wir hier jetzt einen Hack abgestaut oder was? Das Idyll ist nicht leer! Oh nein! Ein Verwüter wurde getötet. Ein Gegner wird zum Bazaar kommen. Oh nein! Noch leben, das nicht vom Nebel berührt ist. Ah shut yo! Ich kann sie verło! T Ich kann mich bei dir比如... nein, das passiert. Nimm einen tiefen Schluck von der Magie, die verblieben ist. Ich fokussiere jetzt mal ein bisschen mehr Toplane. Ich bin hier um zu danken. Ich würde aufpassen, der Level Up hat ihm seinen Arsch gesaved. Was macht der denn? Was für Bullshit? Das war jetzt gerade von Udia irgendwie... Ich weiß nicht. Ganz kaum nicht. Oh! Kevin ist ja in der Mitte. Oh no! Pass bitte auf da oben. Nur wenn ich den Abzug dürke, werde ich von Gönseligkeit erfüllen. Alter, wie viel Schaden machen die denn bitte da unten? Einst dreckten sich meine Zweige dem Himmel entgegen. Nun schlingen sie sich um die Hälse der Sterblichen. Ich werde diesen Mist auf die ein Ende setzen. Das ist der Mitglieder schon tot. Alright. Ich seh, Alter. Gönsel ist so dumm und dann statt den Tauern hochkommt er in die Pläne. Oh Mann! Schatten liegen über den Inseln, wie auch die Leichen der Menschen. Gönsel! Ein Verbündeter wurde getötet. Das gibt's nicht, Alter. Der Befehl wurde erteilt. Töten! Ha! 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 Boah! Dieses Game ist zum Surrendern verurteilt hier, ey. Wir müssen unsere Wurzeln einziehen. Ich nix surrender. Nein. Die Finsternis verdirbt das Land. Okay. Okay. Die Thumbs are unter Drake. Ich kämpfe für jeden Kieselstein und jeden Grashalm. Vergrat sie. Gerober! Sauber! Oh Mann! Lebendig oder tot, sie sind alle gleich. Garen, verpiss dich. Ich will zu ihm, Mann! Mein Gott! Ja, als ob der so schnell ist. Ha! Ich trage hier! Disrespect, du Mokfer, Alter. Mokfer. Mokfer. Nado. Oh! Oh! Komm her! Du reißt es mir, Junge! Holy fucker shit! Scheiße, Alter. Ja! Endlich! Let's go, Basti. Komm zurück. Noch eine Klingel in meiner Orge. Hat ein bisschen zu lang gedauert hier. Ah, die Morgana! Gib mir doch irgendein Schild! Du hast ne E! Au, 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 au! Au! Ich schlitz mir und guck zu! Menschliche Natur? Mein Gott, ey! Wenn man einmal seinem Supporter vertrauen tut! Man sollte in jedem Game nicht so die Wenders vertrauen. Hab ich gelernt. Ich hab gelernt, man sollte keinen deutschen Leuten trauen. Na, was ist das? Na, was ist das? Reiße ich sie eben mit in den Abgrund! Na, was ist das? Reiße ich sie eben mit in den Abgrund! Null kommt nach oben! Sicher? Einer kommt nach oben! Null kommt nach oben! Null kommt nach oben! Sooo... Wir sind... wieder... im Game! Achso, Borderlane wird einfach durchgemacht. Doh, oder? Gnallstrom wütend weiter! Aber nicht durch. Durch... Nur angekratzt durch. Diese Morgana ist legit scheiße! Ja! Cool! Natürlich ist das möglich! Der healer Garen ist totaler... totaler Hacker! Ich hab noch nie so einen Garen-Spieler gesehen! Wenn du hast cool Damage und dann plötzlich... 20 tausendfach Damage macht! Klar! Ich bin hier! Ja, jetzt bin ich... Ich habe nur 1.500 Leben, Alter? What the fuck? Hä? Drück Fähigkeiten, Mann. Ich hasse mein Leben. Oh, das schön doch mal. Geh doch weg da! Geh weg da! Was habt ihr getan, Sterbliche? Ich wollt den Tower! Ich hab den doch kaputt gemacht. Ich krieg echt die Krise. Es ist doch behindert, Mann. Ich wollt doch nur den Vault haben. Einfach Surrendern oder whatever. Das Game ist einfach legit loose, ey. Wenn man für die Bullshit-Scheiße da einfach abläuft. Wow, ey. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Dieser Fluch wird mir eines Tages unterliegen. Ja, am zweiten Mal hellen Drachen-Gray. Alles klar. Mach ich auch die ganze Zeit. Bullshit, ey. Sie taternbenleben. Ich taternble Sie. Aber auch mal wieder nach langem mal eine ziemlich schlechte Decke sei. Mal, du Opfer! Unglaublich so was, ey. er hat fast gegen einen lohn live verloren ja 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 Sie wollen den Geldwein sehen? Sie in der Wald! Oh, ihr Schuss! Sie, Röstlinge! Ein Verbündeter wurde getötet. Gegnerische Doppeltötung! Ja, genau! Ich kann mich Null bewegen! Null! Das Game ist einfach nur ein. Lächerlich. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Nächstes Mal schlage ich auch auf die Tastatur und mache einen Pentacle. Nicht einmal einen Erwinstamm. Der Gegner wurde getötet. Der Gegner wurde getötet. Der Gegner wurde getötet. Ja! Der Gegner hat einen Turm zerstört. Klar! Was sind denn das Lappen, Alter? Ja. Noch eine Klingel in meiner Borke. Muss lassen. Du. Ich werde dir die wahre Verdorbenheit zeigen. Der Garen kommt von der Bot-Lane. Ich habe keine Mana. Ich habe keine Mana. Egal, zum Helfen reicht es immer noch. Was? Egal, zurück zurück zurück. Der Turm zerstellt. Ach Leute, man, so kann ich nicht back gehen. Hab ich mir halt noch eine Frucht gegönnt. Let's make the Frucht. Ja, aber passt auf den Barron auf. Wenn der rumt, gibt's gefährlich. Du dir. Ich wollte schon sagen, ich stelle eine Ward und krieg keine Vision. Dann bitte back gehen jetzt. Nach dem Tor, ja. Wir müssten noch mal den Barron rollen. Da schafft leider keiner. Genau, abgebrochen durch Statix. Läuft bei dir. Oh, heute ist Bastis Zeit, ey. Leichtsinnige Sterbliche. Garen top. Was? Oh! Stimm dich! Haben wir irgendwas AP misselt? Eigentlich nicht wirklich. Nee, ich muss gegen Mudia bauen. Bullshit, ey. Eine Allgemeinrüstung wäre ja, ich weiß. Ich hab ja schon ein Rüstungs-Item, aber ich muss noch Wackling-Crit machen. Wir haben Höllen-Drachen. Wir haben drei Höllen-Drachen. Ja, das ist halt scheiße. Wir können einfach so easy pushen. Wo ist unser Team? Ein Feuer im Nebel. Ein Gegner wurde betrachtet. Sind, äh, an, äh, on the road. Ich bin nicht so schnell. Oh, dieser Garen ist ein Opfer, ohne Scheiß. Garen ist der Letzte, der noch lebt. Garen, Garen, Garen. Bitte, trifft die Kiyomorgana, bitte trifft sie. Oh leil, der ist dumm. Der ist dumm. Der geht rein, der ist dumm. Der ist dumm. Easy! Nimm doch den Kill, Benny! Ist doch scheißegal! Es geht doch nicht, Mann! Ich hab keine Spells ab! So! Ja, weil du... Weil du daneben standest und... Meine Güte, alter! Der ist doch erst daneben, wo du dachtest. Ja, lass dir den Kill da! Nein, ich bin doch am Gehen, Alter! Nimm nur den Kill, Benny! Ja, gut! Ich bin ja nicht hier am Laufen! Ich bin ja nicht hier am Laufen! Ich bin ja nicht hier am Laufen! Was? Der Garen mag Pernern? Du gett... A Perma! A Perma! A Perma! Achso, ich mache alleine hier den Perma, okay. Ja. Was ist das ein Zeichen für eine Perma? A Perma! A Perma Bun! Ich glaube, die machen jetzt wirklich Barron! Oder? Nein! Nö! Ja, wenn ich die beiden helfen wollte und dann keiner mehr da ist! Ja, du! Ich bin hier tot, also... Ja! Ich wollte nur helfen, aber... Pizer ist sowieso hier immer nur... Wiss ich nicht, am Arsch der Welt? Jetzt haben die Barron... So langsam! Idioten, Alter! Das ist auch unglaublich scheiße jetzt! Ich kann nicht aufhören! Der Wald braucht mich! Schaffst du den? Ja, wenn er nicht weglaufen würde, ja! Ich bin hier before! Oh, Leute, ey! Nas, das ist ein guter Job! Ja, Tom ist da hund. äh der hat doch schon mal ulti gehauen ey das ist so ein mongolenschiff geworden ey ey das kann nicht sein dass man gegen den Garen stirbt ja und dabei waren wir so gut am comebacken hier ey das ist so traurig das ist traurig das ist wirklich traurig ist die man und 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 Die sind gläublich traurig so im Game, nein. Das ist echt traurig. Luke-Chance echt. Schade! Traurig ist game!